Spielen, verspielt, verspielte Mode. Jetzt in Ihrem Code-Warenhaus. Das ist der Katalog und das ist die neue Mode. Das ist der Katalog. Das ist der Katalog. Verspielte Mode. Ab sofort zu sehen in Ihrem Code-Warenhaus. Und wenn Sie wollen, können Sie mitmachen am spannenden Würfelspiel und an der grossen Jackpot-Verlosung. Es gibt wieder ganz tolle Preise zu gewinnen. Für heute hat es der Koop-Metzger Kutteln empfohlen. Sie sind preisgünstig und haben erst noch einen grossen Nährwert. Ich mache sie an einer Rahmsauce. Fein gehackten Knoblauch und in Würfel geschnittenen Riebeln im Öl adämpfen. Die Kutteln dazugeben und kurz mitdämpfen. Mit etwas Mehl bestäuben. Und mit Weisswein und Wasser ablöschen. Würzen. Ein bisschen Safran muss noch dazu. Und dann zudeckt. Lass es köcheln. Nach ungefähr 10 bis 15 Minuten die Soße mit Rahm und Eifer gewillt legieren. Das heisst binden. Mit Zitronensaft abschmecken. Mit Peterli und Schnittlauch bestreuen. Und dann können Sie die Kutteln am Rahmsauce mit Haartöpfelstock servieren. Denken Sie daran, das Rezept steht in der Koop-Zeitung. Und beachten Sie doch gerade jetzt noch das interessante Koop-Aktionsangebot. Zum Anfangen der aktuelle Preisschlager. Der praktische Akkuschraube für Schlitz- und Kreuzschraube finden Sie in allen Koop-Tuit-Yourself für nur 39,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop jedes Paar Avela-Damenstrumpfhosen 50 Kg günstiger. 4 Dosen Cha-Cha-Cha-Katzenahrung statt 43,90 nur 2,80. 100 Gramm Hinderschinken für nur 81. 100 Gramm Vorzugsbutter statt 81,90 nur 1,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Schweizer Eier Klasse A Z-Stuck für nur 3,30. Williams-Birre aus dem Wallis im 2,5-Kilo-Karton für nur 4,50. Auf Wiedersehen. Akoop-Tiertrelmax